Da haben wir schon, oh es regnet. Wie oft regnet es auf dieser Karte? Das gibt es ja gar nicht. Ah lol. Ja, des Regens habe ich gerade einfach mal so meinen Wasserpegel erreicht heute. Alles klar, Regen ist cool. So, ähm, ich brauche wieder ein wenig Holz. Ich glaube ich habe bei mir in der Kiste noch relativ viel, da könnt ihr euch bedienen. Noch? Wirklich viel brauchen wir nicht. Ja tatsächlich, du hast noch nicht so. Oh Spinne, die Spille ist gerade angegriffen worden. Nein! Ich habe gerade auf jeden Fall so ein Spinn-Damage-Ding gehört. Verdammt. Denen schadet aber Regen nicht, oder? Ne, nur Indermännern, aber... Mit irgendwelchen diversen Gründen... Meine Leiter, ne, meine Leiter habe ich natürlich wieder nicht. Thunder-Nerds. Und gleich können die ersten Hühner ihr neues artgerechtes Gehege gut achten. Ja, aufsammeln, die gerade da sind. Und ich würde sagen... Die ersten Hühner können. Komm. Mal eins haben wir schon mal. Mal zwei. Mal drei. Oh mein Gott, wie viele Hühner sind denn da gerade rausgekommen? Wichtige Masse, Alter. Uiuiui. Oh, wir haben schon voll viele Hühner da drin. Hihi. Sehr gut. Eigentlich ist es ja schade um unsere anderen Hühner, ne? Ja. Ob wir die nicht auch irgendwie da reinbekommen? Doch, warte mal. Dadurch, dass ich hier den Zaun ein bisschen großzügig... Also sagen wir es so, wir müssen sie auf jeden Fall nicht notschlachten. So, weil ich habe... Warte, da geht's hoch. Ah, kommen sie da... Da könnten sie durchkommen. Dann mach ich hier auch mehr heute. Wir brauchen noch mal ein bisschen... Wir schauen mal, so eine einfache... So aus einem Block oder sowas, das würde doch eigentlich möglich gehen. Pass mal auf. Ich habe eine gute Idee. Jetzt werden wir wieder wählen. Hallo. Ja, jetzt. Oh, sie werden wieder einen mehr gewonnen. Ja, richtig. So, und jetzt... So, ob die Hühner da jetzt hochkommen? Was... was brauchen die denn? Werden die durch Samen angeloppt? Ja. Was spielt hier gerade? Äh, wir basteln gerade an unserem Ding ins Zweiter. Wir waren so frei, heute... Schon mal anzufangen? Ja. Weil irgendwie heute Mittag, beziehungsweise heute Abend gar keiner von euch da gewesen war. Wegen... So, wir haben also jetzt hier prinzipiell ein komplettes Gehege. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Oh, unsere Kartoffeln sind fertig! Oh, voll gut. Endlich. Zeug die schon auf dem Server? Nehmt die auch? Ja. Oh. Hallo. Kein Problem. Kein Problem. Ich komme jetzt auch. Genau. Alles klar. Dann sind wir nämlich vollzählig. So, warte mal kurz, dann... So mehr oder weniger vollzählig. Kein Problem. So, ja der Zaun ist jetzt einmal ringsrum das einzige, wo ich mir nicht sicher bin, wenn sie hier die Treppe hochlaufen. Genau, dann passiert das hier. Egal, egal. Geh da rein. Geh da... Nein. Du sollst da rein. Geh da rein. So, ja das ist natürlich ziemlich ungünstig. Oh, jetzt ist das Huhn hier drin. Egal, ich hab das Zeug... Ich hab das Zeug... Okay, ist es drin. Ah, perfekt. Guck mal, Alter, guck mal wie so ne... So ne... So ne... So ne Entenscheibe. Na komm mal hier hoch, liebe Hühner. Das ist falsch. Hab ich noch Zaun? Ja. Und jetzt schlag ich die da einfach rein. Aber warte mal, ich brauch noch irgendwas. Guck mal hoch, liebe Hühner. Kommt, werdet geil auf meinen Wurm. Gerade unser Feld kaputt. Ja, deswegen muss ich sie töten. Zumindest ein paar. So. Oh. Fuck, wie krieg ich denn jetzt dieses Dreckshuhn hier rein? Du kannst mit Samen, äh, Huhn locken, glaub ich. Ja, ja, da sind wir gerade dabei, aber es möchte irgendwie... Oder schieb es einfach da rein. Das hab ich gerade versucht, aber es wollte immer noch nicht. Wollte einfach nicht. Weil jetzt... Putt, 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 liebe Hühner. Putt, 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 putt. Ja. Warte, ich helfe euch jetzt. Ne, passt schon. Sofort fertig. Jetzt ist es... Hallo? Okay, dann bist du jetzt halt mein persönliches Haus, Huhn. Soll die Hühner stecken in der Wand fest. Pfff. Schau mal hoch, du blummes Ding. Jetzt gucken wir uns das auch mal an. Huh? Nein! Oh Mann! Scheiße. Hallo, King is back. Bebe! Der Diamanten-Typ ist wieder da. Ach, guck mal, das ist noch... Ey, jetzt sind meine Diamanten weg. Warum sind deine Diamanten weg? Ne, die sind noch da. Wir hatten sonst über... Wir hatten sonst über... Wir hatten sonst überlebt. Aber ganz so asozial ist man ja dann auch nicht. So, jetzt, äh, sobald wieder Tag ist... Ja, hallo! Also, ähm, ich kam ein bisschen zu spät. Aber jetzt bin ich auch dabei. Oh, äh, ah, da ist noch ein Huhn. Komm her. Ja. Lass mal schlafen. Na, wir müssen erst mal die Hühner hier reinbringen. Wir sind heute ziemlich ungezogen. Komm, Huhn! Wird doch geil auf den geilen Samen jetzt. Kannst du das Huhn hier reinschieben? Ja, bin gerade bei. So. Alles klar, gut. Ist da sonst noch irgendein Huhn da sein? Zwei, zwei Stücke, ja. Na komm, okay, alles klar. Oh, irgendwie ruckelt mein Minecraft... Minecraft... Minecraft übel. Guck mal, ob die auf deinen Samen geil werden. Autsch. Ja, nein, nein, hinter dir, hinter dir. Ja, ich such grad meinen Samen. Ja, ich such meinen Samen. So ist dein Samen. Jetzt wird's nur noch schlimmer. Okay, hier, warte. Nimm einfach Gegensachen. Noch ein Creeper. Ja, hier laufen überall Creeper rum. Das ist schlimm auf der Karte. Die Hühner sind geil auf dich. Komm, komm. Bring die hoch, bring die hoch. Pass auf, das Loch auch. Die kommen nicht. Hallo. Ey, ignorier mich nicht. Ey. Komm. Ach, da geht's hoch. Ey, das eine ist in deinem Haus dran. Doch. Egal dein Typ. Es flieht durchs Fenster. Es ist durchs Fenster geflogen. Ah, jetzt kommt die. Ja, es ist geil. Es war gerade geil. Hey, was ist denn los? Irgendwie, es entscheidet sich. Was? Hey, wo willst du? Nein, was du? Nein, nicht schon wieder auf unser Feld. Du dummes blödes Kackbohr. Mann. Jetzt ist sie tot. Ja, egal. Es ist, es gibt Gelegenheit, da müssen die Hühner leider geschlachtet werden. Ja. So. Ähm. Warte mal, ich hab die Sense hier irgendwo rumliegen. Ne, ich hab auch schon gerade. Okay. Jetzt tun die mal hier rein. Wenn wir ja jetzt genug Samen haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wo sind eigentlich unsere restlichen Kartoffeln hin? Boah, was ist das? Warte, eine hab ich. Mein Minecraft. Eine hast du? Ja. Okay, dann pflanz die Kartoffeln mal. So. Okay. Heckt das bei dir oder was? Richtig, ich hab keine Ahnung wieso. Ich fix das mal eben und dann bin ich gleich wieder da. Alles klar. Du hast aber die gleichen Einstellungen wie gestern, oder? Ja. Komisch. Aber ich guck mal eben nach. Mhm. Oh, ich hab sogar noch zwei Eier. So. Ich würde sagen, sobald's dann wieder Tag wird, sollte es hier jemals wieder Tag werden. Ähm. Eine gute Frage. Also jetzt haben die Hühner ja wohl hartgerechte Haltung schlechthin. Find ich auch. Können den ganzen Tag schwimmen. Ob wir die gleich bumsen lassen sollen? Komm, wir machen das gleich. Man kann die auch im Wasser bestimmt. Au. Toi. Ich war zu voll, dass der Leiter rutscht. So, da bin ich wieder und alles läuft wieder gut. Top. Yeah. Cool, du hast gerade zwei Eier runterfallen lassen. Sehr gut. Ah, das Hühn... Das Hühn... Das Hühnchen nehm ich mal mit und brutzel es. Haha. Nett. Ist unsere Spinne noch da? Ja, ich weiß gar nicht. Ja, sie ist immer noch da. Und hier liegt... Hier liegt Hühnchen. Ich glaub das ist das Geflohene. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist Lien, ich weiß. Ich hab es an dem Ausbruch gehindert. Wow! Drei Creeper! Oh nein, das hört sich gar nicht gut an. Ne, das hört sich echt nicht gut an. Bist du tot? Nein. Nein. Ist deine Leiter noch in Ordnung? Das war schon nicht so krass in der Nähe. Ne, das war zu... Okay. Oh, noch einer! Ja, es ist hier ziemlich übel. Ziemlich übel? Obwohl unsere Eierfarm funktioniert. Oh, perfekt. Volle Lotte. Ey, ich finde mein Haus nicht mehr. Ja. Deins... Deins kann man jetzt fast nicht nicht finden. Das leuchtet ja... Ja, das Problem... Ich glaub, ich bin falschen Weg gelaufen. Oh, ich mach mal zurück lieber. Ich muss das jetzt von unten mit ansehen, wie die Hühner sich begatten oder was? Das ist aber uncool. Boah, shit, man. Oh, hi. Ah, hi. Oh, warte, ich hab das Holz mitgelämpft, oder? Heißt ja... Aua, genau da. Ich hab mein Haus gefunden. Super. Super. Es ist auch völlig unauffällig. Ja. Ach, da bist du ja. Nein, au! Komm, da ist Honig dran. Das ist aber ganz schön uncool. Oh, Weizen ist gewachsen. Yeah. So macht Liebe miteinander. Jawohl, guck mal. Oh, guck mal. Guck mal, wie rösig die aufeinander sind. Oh, wunderbar. Oh, fuck. Falsches abmachen. Warte mal, Vorsicht, gleich unter dir. Warte mal, ich geh noch an den Block weg. Ja. Ja. Das Hund da hinten möchte bestimmt... Möchte mich bestimmt auch paaren. 100%ig sicher. Ich glaube, wenn ihr ein paar Eier habt, könnte ich welche haben. Wir haben bald. Unendlich Eier. Wäre super. Heißt, ich bin schon wieder runtergefallen. Geil, diese Konstruktion ist auch nicht für uns. Ja, komm her. Mist. Autsch. Das ungute Gefühl, dass ich gerade die Leiter verstört hab. Oh ne, Gott sei Dank nicht. Ich mag Regen eigentlich bei Minecraft. Das finde ich ganz witzig, aber... Oh, guck mal, das Huhn... Das Huhn gerade ernsthaft mit einem kleineren gepaart. Ja, wer ist das denn bisher? Ne, Musik mach ich aus. Hehehehe. Hehehehe. Okay. Verkürze technisch. Wie der Tag. Ich dreh durch. Ja. Mit was lassen sich den Schweine anlocken? Mit Karotten, gell? Verdammt. Verdammt. Ach, Mann. Hast du ne Karotten hier, oder? Ich nicht. Ah, okay. Dann haben wir noch keine, verdammt. Ah, cool. Das funktioniert alles jetzt super. Voll genial. So, dann muss ich nur noch ein paar Kühe hier hochkriegen. Und dieses Mega-Gehege. Also, Entschuldigung. Und Schweine auch? Und Schweine auch? Ja, da brauchen wir Karotten dazu. Das ist das Problem. So. Es müsste sich doch irgendwo mal eine finden lassen. Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall stolz auf unsere vollautomatische Eierproduktion. Absolut. So, genial. Wenn da, wenn da viele Eier drin sind, dann war er unendlich ein Essvorrat. Weißt du, warte. Und da kann ich ja eigentlich auch mein Dach erweitern. Ich richte sich hier oben. So, habe ich Holz. Der Überlege-Sound. So, jetzt brauche ich nur noch einen Stein. Nein. Ich habe kein Holz. Ich muss Holz holen. Nein. Es geht langsam stark. Gott sei Dank. Weißt du, die Kiste steht ungünstig. Ich nehme vielleicht mal noch Knochen mit. Sollte ich das große Glück haben, vielleicht ein paar Wölfe finden. Ich bezweifle es zwar, aber... Ah, ein Versuch ist es immer wert. Nein. Eigentlich schon, ne? Also, ich gehe mal los, Kühe holen. Jo. Es müsste mir dann eventuell jemand die Türe aufmachen, wenn ich wieder komme. Okay. Weil ich glaube, sobald ich den Weizen wegschiebe... Ja, bei mir sind Kühe. Sag dann einfach Bescheid. Waren. Ja, da hinten haben wir vorher auch einige gesehen. Ich glaube, das... Ja, das Problem, ich habe die getötet. Ups. Hier ist die nächste Spinne im Baum. Das ist nicht... Okay, nein, die ist nicht im Baum. Die ist aggressiv. Oh, und... Oh, und Zombies. Oh, hallo. Ja, guten Tag. Tag. Ja, net, sie kennst halt. Auf Gottes Willen. Ne, bei mir sind keine Kühe mehr. Ich glaube, hier hinten müssen wir das sein. Ah, doch, da oben sind zwei Stück. Au. Hey, lass mich mal schuhe, ey. Oh, sie mal rundschleißen. Das scheiß Spinnen. Doin. Du ist steun. Was blödes ist das hier? Komm runter, komm runter, komm runter. Okay, ein Kuh habe ich schon mal runtergelockt. Upp. Da ist doch ein Hühnchen, was auch... was geflohen ist. Töte es. Ja, da komme ich jetzt aber leider nicht mehr hin. Komm mal her. Oh, jetzt kann kein Tier mehr fliehen. Komm mal her. Autsch. Schön da zu gestalten. Ich bin auch wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie das hier läuft. Wir prügeln uns viel weniger und schaffen viel mehr als ich gedacht hätte. Ja. Wir sind extrem weit. Komm mal her. Ja. Ich habe hier übrigens Sand gefunden. Oh, oh. Ich nehme Sand mit. Sand ist immer gut. Ich habe zwei Kühe. Oh, voll gut. Hast du Weizen? Dann könntest du sie in unsere Kuhfarm locken. Ich lock dich gerade zu mir, dann könnt ihr bei mir... Wenn ich die paare, könnt ihr sie dann bei mir abholen. Hallo, kommt noch her. Kommt noch mal her. Ja. Ja, die Tiere wollen heute irgendwie nicht so. Bei Regenwetter sind immer relativ mies gelaufen. Fissen mir gerade mal so aufgefallen. Also, wie geil ist es einfach in so einem Pilz zu wohnen. Ja, gell. Komm, komm. Weiter, 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 weiter. Voll gemütlich. Ich würde hier gerne rein wohnen. Weiter, 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 weiter. Oh, ich platziere noch ein paar Eichensatzlinge, ne? Komm mal her. Komm mal her. Da sind ein paar Riesenbäume da oben. Oh ja. Der eine ist immer noch nicht weg. Komm noch her. Hallo. Oh, was ist das denn ein riesiges Loch? Ja, die Kühe sind irgendwie... Ich weiß nicht. Ja, genau wie die Hühner vorhin. Einmal wollten sie, dann waren sie ganz geil auf Weizen, Samen und dann ist sie auf einmal...